Hallo und herzlich willkommen bei Miepel King und es ist mal wieder Zeit für eine neue Kickstarter Folge, denn mittlerweile ist schon wieder ziemlich viel aufgelaufen, weil wir ja seit knapp über einem Monat nichts dazu gesagt haben. Ich meine, man muss jetzt auch nicht ständig drüber quatschen, aber jetzt ist es einfach mal wieder an der Zeit und ja, was soll man lange drum rum quatschen? Ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal direkt und machen noch ein klein bisschen Werbung für Projekte, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also Achtung, es ist some kind of Werbung, auch wenn das nicht Vertragsbestandteil war, aber wir wollen die Spiele ja trotzdem auch bis zum Ende unterstützen. Vertragsbestandteil ist quasi Bonus. Quasi, ja. Und da reden wir zum ersten, also die reißen wir jetzt wirklich nur ganz schnell ab, weil wenn euch das Ganze interessiert, zu Lightspeed Arena haben wir ein Video gemacht, dann schaut da ganz gerne rein. Lightspeed Arena ist einfach ein, alle platzieren ihre Raumschiffe auf dem Tisch und mit einer App wird ausgewertet, ob die Raumschiffe in die richtige Richtung geballert haben und dann eben da auch die Gegner getroffen haben. Und ja, was will man dafür dazu sagen? Ja, es geht auf Zeit, genau. Es geht auf Zeit, aber trotzdem ist es nice. Also das muss man mal dazu sagen, weil wir sind beide eigentlich nicht so wie Verfechter davon, aber wir haben beide gesagt, das hat uns echt gefallen, weil es wirklich so zackig geht und witzig am Tisch ist, kann man auf jeden Fall mal reingucken. Genau. Also bis jetzt alle, mit denen ich es gespielt habe und ich habe es tatsächlich erst letztens wieder ein paar Runden gespielt, die waren begeistert, weil du machst einfach fünf Runden, reißt du in zehn Minuten ab und das ist so als Opener oder Absacker zum Ende ist das ziemlich cool, weil es doch recht schnell runtergespielt ist. Also Lightspeed Arena, noch sieben Tage. Überlegt euch, wirklich cooles Spiel. Kommen wir zu Tooth Head. Tooth Head. Ein Munchkin ähnliches Spiel, über das wir auch ein Video gemacht haben. Schaut auch da ganz gerne mal rein, wenn euch das Ganze interessiert. Es ist halt so ein Take-That-Spiel, bei dem ihr der Reihe nach dran seid, immer zwei Aktionen spielen dürft und entweder Karten zieht oder halt eben die Karten, die ihr habt, dazu verwendet, den Gegnern Schaden zu drücken. Wenn ihr dem Gegner Schaden drückt, dann klaut ihr ihm quasi einen Teil von seinem Körper, was dann Nahrung für euch ist. Denn am Ende einer kompletten Runde muss jeder Spieler mindestens eine Nahrung aufweisen können, ansonsten fängt er an zu verhungern. Ja, der Letzte, der nicht verhungert oder gefressen wurde, der hat das Spiel gewonnen. Spielt sich relativ schnell runter, Stunde bis anderthalb, je nachdem wie viele Spieler am Tisch sitzen, mit einem ziemlich großen Ärgerfaktor und einem sehr einzigartigen Design. Auch da, guckt einfach mal rein. Das könnte ja vielleicht was für euch sein, vor allem wenn ihr ärgert. Wenn ihr jetzt so gar nicht auf Ärgern steht, dann vielleicht eher nicht, aber so ist die Spielerinteraktion auf jeden Fall ziemlich hoch. Damit gehen wir direkt weiter und möchten einfach zwei Projekte erwähnen, bei denen ihr einfach schon mal ein Follow da lassen könnt, weil die kommen demnächst. Und da reden wir jetzt erstmal über Aces and Amor. Und das ist vom lieben Philipp, dem Creator hinter dem Spiel Trench Club und Trench Club Legacy. Das könnte schon viel ein Begriff sein. Die ersten beiden Teile spielten im Ersten Weltkrieg und es ist einfach so ein Dudes on a Map, also so ein Area Control Spiel, bei dem ihr eine der entsprechenden Fraktionen jetzt spielt. Also Deutschland oder Amerika, Russland, wer halt alles so in den Kriegen beteiligt war und ihr versucht dann halt gegeneinander auf diesen Kriegsschauplätzen euch eben gegenseitig die Köpfe einzuhauen und Fabriken einzunehmen. Trench Club und Trench Club Legacy werden in der Aces and Amor Kampagne auch wieder verfügbar sein. Also wer da Bock drauf hat, den Ersten Weltkrieg auch nochmal nachzuerleben, der hat da die Chance eben reinzugehen. Ansonsten ist bei dem Spiel... Sorry, es war ein bisschen makaber, wie du es gesagt hast. Wer Bock hat, den Ersten Weltkrieg nochmal nachzuerleben, der kann da reingehen. Auf dem Brett nachzuerleben, ja. Der kann da halt auch nochmal reingehen. Also lasst euren Follow da dafür. Ganz wichtig ist, die Spiele sind nicht so extrem mir schichtlich nachempfunden. Also es spielen schon dieselben Fahrzeuge. Er hat auch versucht, das Balancing Care, also die verschiedenen Stärken der einzelnen Fahrzeuge, in dem Spiel darzustellen. Aber es ist jetzt keine episch nachgestellte Schlacht mit historischem Hintergrund, die dann eben zehn Stunden dauert. Und so ist halt bei Aces and Amor das ganze Regelwerk auch extrem eingedampft im Vergleich zum ersten Teil, weil er wollte einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit erzeugen und ein bisschen mehr Boom reinbringen. Ich denke, das hat er geschafft. Schaut da einfach mal rein. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, wo ihr ein Follow da lassen könnt. Das ist Yield. Oder Yield? Yield? Ich würde sagen Yield, oder? Ich würde sagen, also Englisch theoretisch Yield. Yield. Da bin ich nicht so fit. Von BFF Games, den Creatoren hinten da, dem Spiel Hidden Leaders. Oder es kam ja auch auf Deutsch raus, von Board Game Circle. Nee, Board Game Circus. Board Game Circus. Board Game Circus heißt sie, genau. Und die haben das auch auf Deutsch rausgebracht. Jetzt kommen sie mit ihrem neuen Spiel, wo sie auch wieder ordentlich Arbeit reingesteckt haben. Ein Area Control Spiel mit asymmetrischen Anführern, wo ihr euch halt eben versucht, strategisch die besten Plätze auf der Karte wegzunehmen. Wieder ein sehr einzigartiges Design an dieser Stelle. Ich finde es cool, dass sie in ihrer Welt bleiben, dass sie ihrem Design weiter folgen. Spielt halt auch in dieser Welt. Und ja, 1871 Follower ist auch schon eine Ansage. Lasst gerne auch noch ein Follow da, wenn euch das Ganze interessiert. Achso, und Aces und Yield starten beide am 25. Juni. Und damit erst mal Some Kind of Werbung Ende. Gordon, erzähl du was Schönes. Genau. Dann erzähl ich mir was Schönes. Dann starten wir mal mit dem ersten Kickstarter, beziehungsweise Game Found ist es dann in dem Fall, über den wir euch berichten wollen. Ist tatsächlich kein neues Spiel. Also es gab es auch schon mal. Feudum nennt sich das Ganze. Ich weiß nicht, wer es von euch schon mal mitbekommen hat. Ich habe auch mitbekommen damals, beim Boardgame-Digger war das ein sehr großes Thema. Die haben das extrem. Er fand es geil, ne? Er fand das total geil. Er fand es richtig geil, hat es jetzt verkauft, habe ich letztens mitbekommen. Sehr gut. Klassiker. Aber das Spiel, also man muss erst mal dazu sagen, das Spiel ist extrem komplex. Also wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt, könnt ihr eigentlich direkt weiterskippen, weil ich habe vorhin noch mal reingeguckt. Also es hat eine 7,6 auf BGG und hat eine 4,58 als Schwierigkeitsskala. Also das ist wirklich richtig heftig. Und beim Digger wurde auch gesagt, also so eine Dreiviertelstunde Reheerklärung ist schon so circa das Spiel, was man da, was man erstmal einplanen muss. Deswegen hat er das wahrscheinlich am Ende verkauft. Ich finde es keine Mitspieler für sowas halt, ne? Ja, vor allem wenn du immer wieder neu loiterst. Das ist glaube ich nicht so nice. Aber grundsätzlich erstmal finde ich persönlich, ich finde das Design total geil. Ich kann aber auch verstehen, wenn man es gar nicht mag. Es ist halt was relativ Spezielles. Ist jetzt so eine Welt in so einem Königreich, könnte man sagen. Und dann ist es ein relativ, es ist halt ein Eurogame, wo ihr verschiedene Sachen machen könnt. Im Grundprinzip ist es so, dass ihr immer Aktionskarten ausspielt, mit denen ihr verschiedene Sachen macht. Und dann könnt ihr hier die unterschiedlichsten, warte mal, hier sind nur das Artwork, das brauchen wir eigentlich gerade nicht. Jetzt kommen die 1000 Pledges, da sage ich gleich noch was dazu. Schön, dass das Spiel auch erst immer ganz unten irgendwo kommt. Ihr könnt auch Socken kaufen, ist doch schön. Wunderbar. Wichtig. So, Mann, wann kommt denn hier das... So. Hier. Genau. Also eine Runde bis spät daraus, dass ihr quasi Aktionskarten spielt und dann halt verschiedene Aktionen machen könnt, die dann hier auch nochmal aufgelistet sind. Ich kann euch empfehlen, einmal dieses Zwei-Minuten-Video zu schauen. Da ist es ganz gut im Überblick. Also vom Prinzip her ist es so, dass ganz viele Mechaniken ineinander greifen. Also ihr müsst dann irgendwelche Sachen erobern. Ihr könnt aber auch auf irgendwelchen Leitern hochsteigen, um dauernd Einfluss zu steigern. Es ist relativ klassisch, was man so von Eurogames kennt. Ich finde, das hört sich an wie so ein krass verzahnter Lars Herder. Ich habe das vorhin noch nicht gespielt. Ich habe mir nur mal ein bisschen was dazu angeguckt. Und ich weiß nicht so richtig, ich finde das Artwork sieht wirklich cool aus. Aber wenn ich schon wieder höre, dass es so ultra komplex ist, dann habe ich vielleicht mal Bock, das einmal zu spielen mit Leuten. Da würde ich es vielleicht auch einmal erklären. Und dann denke ich aber, oh, jetzt kommt die nächste Gruppe, dann müsste ich es wieder erklären. Da denke ich dann schon wieder, gar keine Lust drauf. Das ist wieder so ein Ding. Und da habt ihr jetzt auch hier 1000 Editionen. Die Standard Septennial Edition kostet 75 Dollar. Da ist aber kein Deluxe-Material, irgendwie Coins oder so dabei. Und da könnt ihr ja noch mal richtig zuschlagen. Ich scrolle einmal kurz zu den Pledges hin. Genau, da kann man ein Upgrade-Pack kaufen. Man kann aber auch natürlich die Deluxe-Edition nehmen. Da seid ihr bei 110 Dollar. Dann könnt ihr das Expansion-Bündel dazu nehmen, 125. Dann könnt ihr aber auch 150 ausgeben. Oder ein All-In mit 200. Also das sind so die verschiedenen Plätzchen. Das Ding ist bei dem Spiel, einfach das Material ist extrem krass. Was ich so gesehen habe, dann habt ihr hier bei dieser Edition, also 2018 kam da das erste Mal das Spiel raus. Die haben hier einiges am Artwork verbessert, dass man einige Sachen wohl auf dem Spielfeld, was relativ vollgepackt ist, wohl besser erkennen kann, habe ich gesehen. Und sonst gibt es keine großen spielerischen Änderungen, außer noch ein, zwei Marker, die sie jetzt noch mal angepasst haben, die noch mal mehr Deluxe sind, die sie schon damals machen wollten, aber nicht konnten. Das Spiel war halt immer schwierig ranzukommen. Jetzt könnt ihr hier im Kickstarter. Ich glaube, es ist ein geiles Spiel, aber ihr müsst Bock haben, was richtig Komplexes zu spielen. Und ich denke, das wird auch ein paar Stunden gehen, wenn man da eine Runde spielt. Ich würde einfach bei sowas immer realistisch rangehen. Fragt euch einfach, habe ich die immer gleiche Spielgruppe, mit der ich dieses Spiel wirklich mindestens zwei, dreimal spielen kann und muss, um richtig reinzukommen? Und werden wir es weiterspielen? Wenn ihr diese Frage mit Nein beantwortet, dann lasst es halt von vornherein sein. Also die Erfahrung haben wir jetzt über all die Jahre gemacht. Wenn Spiele dermaßen komplex sind und dann hast es halt ein halbes Jahr nicht gespielt, dann hast du die Regeln nicht mehr drauf, dann liest du dir wieder das Regelwerk durch. Das nervt dich schon. Dann erklärst du es wieder eine Dreiviertelstunde und danach kommst du mit der Gruppe wieder nicht zusammen. Und also ihr müsst hier wirklich am besten, habt ihr schon eine Gruppe und ihr spielt jeden Montag und wollt einfach was Neues ausprobieren, dann habt ihr hier die Chance. Ansonsten kann ich den Leuten von so einem Spiel eigentlich immer nur abraten, muss ich sagen. Ja, ich hätte Bock drauf, ich hätte es mir auf gar keinen Fall backen, weil vielleicht hat das irgendwo mal jemand, dann spielt man es mal eine Runde mit und ich denke, dass es für mich auf jeden Fall in dem Fall ausreicht, da ich ja eh nicht mehr so der große Euro-Gamer bin, auf jeden Fall Bock meine Partie zu spielen, aber das brauche ich auf keinen Fall mal egal. Ich glaube, es ist auch eine ziemlich große Box, das muss nicht sein. Ja. Dann machen wir weiter mit Rebirth Limited Edition von Rainer Gnizia. Ich finde es mal wieder faszinierend, wie auf jeden Fall der Name Rainer Gnizia schon wieder innerhalb kürzester Zeit hier 4300 Abonnenten rangezogen hat, zumal ja nebenbei, glaube ich, oder demnächst der nächste Rainer Gnizia an den Start geht. Ich weiß nicht, wo sie den gezüchtet haben, wie der die Brettspiele rauspolst. Finde ich schon ziemlich heftig. Ein Teilplacement-Spiel, was von den Regeln her sehr, sehr eingedampft ist. Kleiner Disclaimer von vornherein. Ich persönlich finde Teilplacement-Spiele, auch wenn das Spiel hier vom Artwork her sehr, sehr hübsch aussieht, finde ich Teilplacement-Spiele so von vornher Erstvorstellung und vom Spielerischen her meistens super langweilig. Das liegt, glaube ich, bei mir in der Natur der Sache, weil ich finde, also es sieht einfach immer total öde aus, wie man diese Steine da auf das Board platziert und dann damit halt was generiert. Das nur zu mir, ja, das müsst ihr nicht so sehen, das nur zu mir. Trotzdem versuche ich jetzt relativ neutral darüber zu berichten, zu diesem Spiel. Also ich finde das Design auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hübsch und ihr könnt hier auch wieder Luftschiffe und was nicht alles noch dazu buchen. Spielerisch habt ihr einfach verschiedene Plättchen, die ihr immer wieder zieht. Ihr habt dann eine Auswahl, welches von den Plättchen wollt ihr platzieren und die platziert ihr eben zu den passenden Feldern auf dem Spielbord. Und je nachdem, wie gut ihr es schafft, immer wieder neue, passende nebeneinander zu platzieren, halt eben zum Beispiel diese Blitzsymbole für Energieversorgung, so viele Punkte bekommt ihr. Also immer, wenn ihr dann noch ein Plättchen ranmacht, da siehst es ja, vier liegen schon da, du packst ein fünftes daneben, dann bekommst du halt eben fünf Punkte dafür. Dann könnt ihr Schlösser platzieren und das andere habe ich vergessen. Oh, sind das Kirchen oder, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Cathedrals. Die könnt ihr daneben platzieren und die bringen euch dann auch am Ende des Spiels nochmal Punkte. Wenn ihr so eine Kathedrale platziert, dann dürft ihr noch eine Karte ziehen. Da steht nochmal eine Sonderbedingung für, also Endsiegbedingungen drauf, die euch extra Punkte bringt. Und so ein kleines bisschen Spielerinteraktion ist natürlich, ihr nehmt euch die Plättchen weg und diese Schlösser, die ihr platziert, die bringen euch am Ende des Spiels, ich glaube fünf Siegpunkte, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Aber immer, wenn ein neues Teil neben so einem Schloss platziert wird, wird geguckt, wer hat halt die Mehrzahl und der würde dann das Schloss in dem Fall eben auch übernehmen. Also man kann den anderen Spielern die Schlösser wieder wegnehmen, wenn man da halt mehr Teils hin platziert hat. Und wie man da auf dem Bildschirm sehen kann, also da ist halt, warte mal, da ist halt dieses Blitzsymbol drauf auf dem Board. Da könnt ihr halt nur diese Blitzteils raufpacken. Da rechts oben seht ihr einmal dieses Pflanzensymbol, da könnt ihr halt diese Teile raufpacken und da gibt es halt diese neutralen Felder über dem Schloss, da könnt ihr alles raufpacken. Es sind irgendwann alle Blitzteile aufgebraucht, dann dürft ihr die überall hin platzieren. Und so versucht ihr euch halt mit den Teils, die ihr habt, sind die alle, es ist Spiel vorbei. Achso, Dorfteils gibt es auch noch, damit könnt ihr Dörfer einnehmen und bekommt dafür noch Siegpunkte. Und so platziert ihr halt abwechselnd eure Teils auf dem Board, versucht euch ein bisschen die Plätze wegzunehmen und halt so Ketten mit eigenen Teils aufzubauen. Soweit so klassisch. Kleiner Kniff ist halt, glaube ich, das mit dem Schloss. Kathedralen können halt gestapelt werden, also da können dann mehrere Spieler eben ein solches Feld nutzen und sich noch so Karten für Endsiegbedingungen sichern. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir gefällt, dass ich es ganz cool finde, weil es auch sehr einsteigerfreundlich wirkt und trotzdem halt eine gewisse Spielerinteraktion dabei ist. Wie gesagt, die Optik spricht mich sehr an. Das wäre halt ein Spiel, was ich nicht backen würde, weil ich bei Teilplacement-Spielen sehr vorsichtig bin. Bei mir ist es auch meistens so, ich spiele die zwei Runden oder drei, ich finde sie cool. Sowas wie Cascadia damals. Aber dann reicht es mir halt auch. Dann treibt mich nichts wieder an dieses Board ran, um ein oder selbe Spielerlebnis immer wieder zu haben. Aber ich denke, wer Rainer Knizia-Fan ist und Teilplacement mag und da was Neues sucht, wer Cascadia gerne spielt und sagt, oh, jetzt würde ich gerne mal wieder ein anderes Teilplacement-Spiel spielen. Ich denke, der ist hier wirklich gut aufgehoben und mit 45 Euro hier in der Base-Version sind wir gut dabei. Und da scheint ja alles so weit drin zu sein, wenn ich das richtig sehe, weil danach kommt nur noch der Gruppen-Pledge. Finde ich 45 Euro. Coole Kiste. Ich weiß gar nicht, ob die Teils-Player-Tokens, ob die aus Pappe sind. Ich denke mal, die werden aus Pappe sein, wie das aussieht. Aber sonst musst du den Preis halt auch nicht halten können. Die Schlösser sind dann halt eben das Plaster. Aber da sind 56 Stück drin, das ist halt auch echt eine Ansage. Du musst schon eine gewisse Größe haben, um das große Paket dir für 45 Euro anzubieten. Also das ist schon eine Ansage. Was haben wir denn bei den Versandkosten? Wo kommt das denn her? Das ist eine gute Frage. Da haben wir unten, sehe ich gerade, Spiel in Essen, Pick-Up. Ja, mega. Dafür 45 Euro, das Ding mitzunehmen. Also kann man schon mal zuschlagen. Ansonsten 12 Euro. Wahrscheinlich noch plus Fett. Je nachdem, wo es herkommt. Aber interessant. Also für 45 Euro, finde ich, sieht jetzt erstmal nach einem guten Dialog, was rein Material angeht. Das definitiv. Ja. 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 Ja, also Fett kommt da auch noch oben drauf. Also wer dabei ist, also Pick-Up mit Essen für 45 Euro, sounds good. Kann man sich echt überlegen. Gut, ich gehe wieder zu GameFound. Ich habe irgendwie nur Sachen von GameFound hier. Das wurde bei uns im Discord schon öfter mal angesprochen und bei uns auch in der Meepik-King-WhatsApp-Gruppe, glaube ich, da haben sie auch schon mal drüber geschrieben gehabt. Dark Omen, das ist nämlich was von deutschen Leuten. Es ist, halt euch fest, ein Dungeon Crawler. Aber es ist was, also nee, es ist, glaube ich, kein klassischer Dungeon Crawler, wenn Sie es so nennen wollen. Es ist nämlich ein paar Twists, hat das hier drin. Ihr spielt. Ja, ich bin wieder ein Daumen hoch. Oh Mann, ey. Oh nee. Ja, ja. Egal. Martin sieht wieder ein Standbild von mir. Und um das mal zu erklären, irgendwie bei Mac gibt es so ein komisches Feature, wenn man den Daumen nach oben macht, aber irgendwie kackt das immer ab und das... Also ich will euch mal zeigen, also es reicht, wenn Gordon so macht, ne, also wer das Bild jetzt hier sieht. Das ist eigentlich, eigentlich nimmt er nur die Hand so hoch und da sagt der Mac schon, halt, stopp, jetzt Daumenbild. Na, aber gut, dann ist es halt so. Dark Omen, bitteschön. Ein Versuch machen wir mal. Ah, jetzt geht's hier. Guck mal, so schnell kann ich das wieder fixen. Wunderbar. Also, Dark Omen ist eine Art von Dungeons & Coley. Also es spielt kooperativ mit bis zu vier Leuten. Ihr habt aber, wie ihr das hier auch seht, auf diesem Bild, was ich gerade hier habe, so ein ganz abgefahrenes Board. Das muss ich mal ein bisschen runterscrollen. Hier sieht man das schlecht, aber sie sagen es... Ah, doch, hier ist es. Multi-Layered Rotating Board Design. Never seen before, Leute. Und wenn man das noch nie gesehen hat, das soll was heißen. Ne, es klingt auf jeden Fall ganz cool. Allerdings ist es jetzt keine stringente Geschichte, die ihr erlebt, sondern ihr puzzelt euch sozusagen immer so ein kleines Abenteuer zusammen. Am Anfang erstellt ihr euch einen Charakter. Haben sie das hier auch nochmal? Genau, ihr erstellt euch einen Charakter, werft dann diese Teile, die man hier gerade auf dem Bild auch sieht. Diese Omensteine oder diese Runensteine, glaube ich, sind das dann in dem Fall. Und dann kriegt ihr quasi ein paar Buffs und wie nennt man das im Games-Flang-Martin? Also man kriegt halt sozusagen ein paar... Wie steht's hier? Ah, ich hab's doch eben gelesen. Ja, also ihr kriegt halt ein paar Bedingungen, die euren Charakter nochmal verändern, die zufällig sind in dem Fall. Also ihr sucht euch erst einen Charakter aus. Da steht nach Dexterity, also wahrscheinlich nach Schnelligkeit kann man sich einen Charakter auswählen und dann kriegt ihr quasi durch dieses Werfen von diesen Steinen ein paar Fähigkeiten oder halt auch schlechte Sachen dazu. Dexterity ist aber eigentlich Geschicklichkeit, oder? Ja, stimmt, bei Too Many Bones nennt es Geschicklichkeit. Dann ist es vielleicht anders, wie man die aussieht. Da stand Dexterity, dadurch wird's ausgewählt. Aber gut, dann ist das halt so. Und ihr zieht dann verschiedene zufällige Missionskarten und arbeitet die einfach ab, sozusagen. Allerdings ist das hier so, dass wohl auch viele Rätsel dabei sind und das Kampfsystem ist auch relativ einfach gehalten, habe ich gesehen. Das ist ein Würfelsystem, könnte man vergleichen mit dem von... Ach, das Andromeda's Edge, der Vorgänger davon, Martin, wie heißt es? Dwellings of Elder Vale. Vielen Dank, vielen Dank, genau. Also ihr würfelt, der Gegner würfelt und ihr vergleicht die Zahlen und je nachdem, wer die höhere Zahl hat oder wer insgesamt das höhere Ergebnis hat, das habe ich nicht ganz rauslesen können, der darf dann Schaden machen und dann dürft ihr auch eure Gegenstände benutzen. Also ihr könnt ja auch Sachen craften, könnt euch verbessern. Das Ganze ist schon so ein bisschen eher auf Spaß als jetzt auf dieses klassische stringente Geschichte erleben ausgelegt. Gibt natürlich auch immer einen schönen Flavortext dazu, so wie ich das hier rausgelebt habe. Die haben auch wirklich, also lest euch mal die Kampagne durch, ist ganz witzig, wie sie das hier alles beschrieben haben. Fand ich sehr, sehr charmant. Hat mich so ein bisschen an die Uprising-Kampagne erinnert, sozusagen rein vom Schreibstil, so wie die das so ein bisschen aufgebaut haben. Einfach, dass alle so ein bisschen, nehmt es nicht zu ernst in dem Spiel. Zum Beispiel, health points determine how healthy your hero is. Ja, so ist es. Das sind halt wirklich, da haben sie immer noch ein paar kleine Sätze dazu geschrieben. Und das ist es vom Prinzip her, was ich erst mal so noch nicht ganz rauslesen konnte, ist, wie sich dieses Spielfeld, also was das genau macht, dass sich das so da unterdreht und verändert. Und das habe ich noch nicht so ganz rauslesen können. Ihr seht ja auch, dass das Spielfeld jetzt nicht ganz so, warte mal, ihr seht, also da haben ganz viele Felder drauf. Darunter sind dann irgendwie andere Felder, die man wohl verdrehen kann. Wahrscheinlich verändert sich durch jede Mission, die man dann machen muss. Die Wege, die man laufen kann, kann ich mir vorstellen. Oder dann verschiedene Sachen, die dann halt da angepasst werden. Ich finde es sehr, sehr cool. Jetzt kommt eigentlich der Knackpunkt, finde ich, an dem Spiel. Ihr seht hier bei dem Pledge, ich gehe mal hier auf Choose Reward. Aber ganz schöne Wall of Text auf den ganzen Karten, ne? Also das finde ich auch sehr heftig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde auch der Preis, also der Core-Adventurer kostet halt schon 120. Und wenn ihr halt den All-In-Slayer wollt, mit den coolen Würfeln und wahrscheinlich hier, wenn ich sehe, mit allen Bossen oder so, ich gucke gerade, was das hier noch ist, dann seid ihr halt schon bei 160 Euro. Und da kommt halt noch Versand und so dazu, ne? Das ist so ein, ja, das ist halt immer so ein klassisches Ding. Die sind halt nur vier Leute, stand auch da mit drin. Das ist der erste Kickstarter. Ich finde es wahrscheinlich einfach nicht günstiger anbieten. Ich finde den Preis von der Blood-Retail-Edition, der wird geprägt mir. Ja, das habe ich jetzt einfach mal rausgenommen, weil das ist ja noch ein bisschen drüber für so ein erstes Ding, sage ich mal. Aber es steht hier auch zum Beispiel Februar 25, also nicht mal ein Jahr, neun Monate. Ist auch, ich bin gespannt. Ich finde, es sieht cool aus. Es ist jetzt auf jeden Fall finanziert, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich wünsche denen alles gut. Ich hätte auch echt Bock drauf, aber ich finde, den Preis ist mir irgendwie einfach ein bisschen too much. Kannst du auch mal nur die Standard-Ethischen nehmen? Ja, die Standard-Ethischen kostet ja auch 120. Ich glaube, es ist von Deutschen, ne? Genau, es ist von Deutschen. Gut, dass du mir zugehört hast. Hast gesagt, ja? Da war ich wahrscheinlich gerade dabei, das hier nebenbei aufzurufen, weil ich mir das eine Bild in Größe angucken wollte. Also ich sehe halt, das, was Gordon macht, sehe ich hier schon, aber er streamt es mir halt per Discord und das ist von der Bildqualität her nicht immer optimal. Ich finde das Design ganz cool. Also mir gefallen die Figuren und das Setting dahinter. Haben sie auch selber gemacht. Also Illustrator ist bei den vier Leuten dabei. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das mit der Scheibe natürlich drunter. Wenn sie da verschiedene Scheiben haben, die man immer zufällig zusammenconnectet, dann weißt du ja nicht, was kommt. Das ist schon eine interessante Sache. Ich finde halt, alleine auf dieser Karte, die da eingeblendet ist, was da schon wieder für ein harter Text draufsteht. Ja, ich denke mal, das wird aber die Mission sein. Ja, genau. Aber auf den Karten steht da doch sehr viel drauf. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Also du hast schon recht, 120 Euro und dann plus Versand und Fett und dann kommt halt schon wieder ordentlich was zusammen. Aber es ist halt bei einem Dungeon-Crawler mehr oder weniger so, ne? Klar, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Sieht auch nach coolen Sachen aus. Erstlingsprojekt, das ist halt auch dann nicht so einfach, da was ranzubekommen, ne? Dass man das erstmal produziert bekommt überhaupt. Aber ja, ich hätte gerne einen Prototyp davon gehabt. Irgendwie muss ich sagen, hätte ich mir gerne mal anguckt. Gibt's ja offensichtlich, wenn's Deutsche sind. Also falls ihr das hier seht, meldet euch mal. Könnt sich's ja wenigstens mal angucken. Dann kann man immer noch entscheiden, ob das was für einen sein könnte. Ja, das ist dazu. Okay, dann wo wir Andromedas, also wo wir Dwellings of Eldervale hatten. Andromedas Edge einmal ganz kurz erwähnt. Da hat jetzt bei Frosted Games die Vorbestelleraktion begonnen. Also Dwellings of Eldervale war damals der erste Teil. Der wird witzigerweise jetzt nach vielen Jahren endlich auch auf Deutsch umgesetzt. Der spielt im Mittelalter und Andromedas Edge ist quasi der geistige Nachfolger des Spiels. Hat einige Mechaniken aufgegriffen und diese halt eben verbessert. Unter anderem der Hauptaugenmerk, so wie ich das mitbekommen habe, liegt auf dem Kampfsystem. Hat das ein bisschen ausgeglichener gestaltet. Hat ein bisschen mehr Möglichkeiten reingepackt, eben die Würfel zu beeinflussen. Also ganz kurz zum Kampfsystem bei Dwellings of Eldervale. Es gewinnt der, der die höchste Zahl hat. Und wenn Gordon jetzt mit fünf Kriegern meinen Arbeiter angreift und würfelt mit den fünf Kriegern, sagen wir mal, seine höchste Zahl ist eine fünf. Und ich würfel tatsächlich mit meinem einen Arbeiter eine sechs. Dann habe ich die höchste Zahl und gewinne den Kampf. Wenn wir beide eine sechs würfeln, dann wird sich der nächste Würfel angeschaut. Wer hat den zweithöchsten Würfel? Da wäre ich dann mit meinem Arbeiter raus, weil ich habe ja nur einen gewürfelt. Aber es kam durchaus schon vor, dass man wirklich mit einem Drachen und vier Kriegern gegen den Arbeiter gerannt ist. Und der hat einen einfach mit einer sechs aus dem Leim gehauen. Was echt für Frust sorgen kann bei dem Spiel. Unnötig, wie ich finde. Und Andromedas Edge hakt da rein und verbessert viel. Und wenn ihr euch mal auf Gamefound, also auf der alten Kampagne dazu, die Bilder anguckt, also das sieht schon heftig aus, optisch, was sie da gemacht haben. Das sieht spielerisch echt top aus. Dwellings of Elder Veil, also auch wenn das ganze Board extrem voll ist, ist immer ein sehr eingängiges Spiel gewesen. Also alle, denen ich es bis jetzt erklärt habe, die haben wirklich nach 20 Minuten Erklärung oder so, haben die gesagt, so schwierig ist es ja gar nicht. So wie Gordon damals. Ist ja recht eingängig. Und genauso spielt es sich halt auch runter. Es ist, und das ist ja bei Andromedas Edge auch so, weil darum geht es ja hier auch. Es ist so eine Art Worker Placement, aber eben auch Kampfspiel. Also ihr placet eure Worker, also ihr platziert eure Worker direkt auf dem Feld, auf dem Spielfeld auf Feldern und löst damit die Effekte aus. Aber sie sind dann eben auch auf dem Spielfeld eben auf diesem Feld und können von anderen dann auch angegriffen werden. Die dann eben. Da hat ein Area Control quasi. Area Control. Die dann dafür auch einen Bonus kriegen. Also man sollte nicht zu leichtfertig einzelne Figuren einfach irgendwo rumstehen lassen, weil wenn der Gegner die einsammelt, dann bekommt er dann eben auch Effekte, weil er steigt auf der Kampfleiste dann eben auf. Und ja, ich freue mich, dass Andromedas Edge hier von Frosted Games aufgegriffen und auf Deutsch umgesetzt wird. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein Hit. Genau. Wichtiges dazu, sorry, das weiß ich gar nicht, ob du es gesagt hast, bis zum 2.7. kann es vorbestellt werden und dann versandt kostenfrei wird es in Deutschland. Versandt dieses Paket, was sie haben. Das wahrscheinlich, dann hast du hier die 10 Euro Rabatt drauf. Das ist wahrscheinlich das Vorbesteller-Ding, was sie hier extra raus haben und dann versandt kostenfrei. Ja, und es gibt den All-In Super Pledge oder Deluxe. Ich glaube, der All-In Pledge war es. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber davon gibt es nur 200 Stück. Also der ist wirklich sehr limitiert. Und so wie ich das mitbekommen habe, ja, da unten das Deluxe Pack. Ich glaube, das war es. Dass ihr also wirklich die Chance habt. Also da war auch wirklich in der Kickstarter-Kampagne, also das Base Game gab es halt auch für 60, 70 Euro oder so plus Versand und Fett. Aber wenn ihr gesagt habt, ich gehe da voll All-In, dann war das Ding voll geklatscht mit allem, was geht. Also das war schon heftig. Aber kostet halt dementsprechend auch. Cool natürlich, dass jetzt hier ohne Fett in Deutschland eben angeboten wird. Aber wie gesagt, extrem limitiert. Ja, nicht vorrätig. Das Angebot ist auf 200 limitiert, nicht vorrätig. Heißt das, die 200 sind schon weg? Achso, das kann natürlich sogar sein. Es könnte sein, dass das dann hier schon weg macht. Ich gehe mal hier zurück. Das sieht so aus. Wie kann ich denn hier vorbestellen? Hier kann ich es in den Warenkorb machen. In den Warenkorb, ja. Hier nicht. Also sorry. Das ging ja schnell. Also ich weiß, die Vorbestelleraktion hat glaube ich am 28. gestartet. Das wäre, okay, das wäre krass. Naja, wir können ja nochmal nachfragen. Also alles bis auf die Deluxe. Also wir blenden es euch jetzt mal hier ein, weil wir können da Rose auf jeden Fall mal fragen, ob die wirklich schon weg sind. Dann blende ich es hier nochmal ein, wenn es nicht so sein sollte. Sonst sind die auf jeden Fall schon ausverkauft. Ich frage sie direkt mal, dass ich das nicht vergesse. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann würde ich schon mal eins weitergehen. Mach das. Und überraschenderweise gehen wir zu GameFound. Und zwar das neue Spiel von Mindclash Games. Diesmal ist es kein krasser Eurobrecher, was sie sonst immer so eigentlich machen, sondern es ist ein asymmetrisches Eins-gegen-eins-Spiel. Ach, das ist von Mindclash Games. Ja, ja, genau. Das ist von Mindclash. Und ich glaube, also ich würde sagen, wenn ich das rausgelesen habe, ist es deren einfachstes Game. Obwohl ich dieses Astro, was die rausgebracht hatten, noch nicht gespielt habe. Habt ihr hier, also steht auch da. Mit den Hexen da im Wald, mit den Kräuterhexen, fand ich jetzt auch nicht so kompliziert. Ja, aber es war trotzdem schon eher so Eurogame mit schon einigen Regeln. Hier steht wirklich, dass sehr, sehr einfache Grundregeln sind und ihr viele Sachen über die Karten, die ihr dann spielt in diesen beiden asymmetrischen Fraktionen, eins gegen eins ist es in dem Fall auch wirklich, dann ausspielt. Also einmal diese Iron, Iron, Clay. Okay, kurze Info. Ich hau jetzt mal ganz kurz dazwischen, weil ich es so interessant finde. Rosa hat tatsächlich geschrieben, an Tag eins waren die Deluxe-Packs schon alle weg. Und sie schauen gerade, ob sie nochmal irgendwie mehr bekommen. Kann ich natürlich verstehen. Du wirst am Anfang, ich meine 200 Deluxe-Packs ist auch schon eine Ansage für das, was die kosten, dass sie dir am ersten Tag natürlich aus der Hand gefetzt werden. Das kannst du ja vorher nicht wissen. Falls wir da ein Datum bekommen für, ihr könnt nochmal nachbestellen, werden wir das auf irgendeinem schnellen Weg kundtun, dass zumindest unsere Zuschauer eine realistische Chance haben, da noch was abzugrabbeln. Weiter geht's. Entschuldigung. Dann habt ihr hier, alles gut, dann habt ihr hier einmal den Iron Road Clan und einmal diese Waldleute. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, tut mir leid. Also einmal quasi die, man kann es ein bisschen avatar-mäßig glaube ich, aber die Menschen, die alles mit Maschinen irgendwie beherrschen wollen. Und dann habt ihr einmal die Waldleute, die hier den Waldgeist rauszaubern wollen. Das ist so das Spiel. Also diese Menschen, diese Linken hier, die mit dem Hammer, die wollen irgendwie irgendwelche Festungen bauen. Das ist euer Ziel. Und bei den anderen soll wollt ihr den großen, das große Waldtier da irgendwie beschwören. Ich kann es gerade nicht genau wiedergeben. Aber das ist erst mal so zum thematischen. Und dann ist es aber ein kartenbasiertes Spiel. Ihr habt drei Grundkarten, die ihr immer wieder auf die Hand bekommt. Und der Rest des Decks sind glaube ich 35, ich hatte es schon gelesen, ich glaube 35 asymmetrische Karten, jeweils auch unterschiedlich von der Fraktion zu Fraktion, die dann wirklich komplett unterschiedlich sind, wo ihr verschiedene Sachen einfach macht. Deswegen sage ich, die Grundregeln sind wohl sehr, sehr einfach. Und dann habt ihr auf den Karten draufstehen, was immer gemacht wird. Es gibt bestimmte Ressourcen, die ihr auch einsetzen könnt. Und die Karten haben auch zwei verschiedene Fähigkeiten. Also einmal das, was unten drauf steht. Und dann oben links in der Ecke seht ihr hier gerade auch ganz gut. Da habt ihr nochmal verschiedene Stärken draufstehen. Da werden die dann im Kampf benutzt. Wenn ihr gegeneinander kämpft, wird immer verdeckt jeweils eine Karte gelegt. Und dann werden die Werte darauf verglichen. Ich habe nicht ganz genau schaut, wie jetzt das genau ausgewertet wird. Aber diese drei Werte, die ihr da seht, die werden verglichen. Da werden eure Einheiten dann getötet beziehungsweise geht es dann halt, wer hat was da genau gelegt. Ich habe es auch nochmal irgendeinen, warte mal, hier. Genau, hier steht es nochmal. Das wird dann quasi verglichen. Und da guckt ihr, wenn ihr gegeneinander kämpft, wer dann den Kampf gewonnen hat. Und es gibt halt, wie gesagt, das Ziel. Einmal, dass hier so eine krasse Festung gebaut werden soll. Bei den anderen soll irgendwie dieser krasse Waldgeist beschworen werden. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr krass runtergebrochen. Aber was ich ganz spannend finde, ist... Aber Fakt ist, es ist krass. Fakt ist, es ist ein extrem krasses Preis-Leistungs-Verhältnis, denke ich zumindest. Denn ihr habt hier 42 Euro bei dem Spiel. Wo aber auch viel so, es stand auch Holz und Metall irgendwie Deluxe-Zeug dabei. Und es ist auch Essen-Pickup direkt dieses Jahr. Also es ist quasi schon einfach nur eine Vorbestärkung. Haben sie sogar reingeschrieben, das Spiel ist schon in Produktion. Man kann jetzt hier quasi einfach ein bisschen Geld sparen. Man spart wohl einmal 5 Euro für dieses Pomopack, was man sonst extra kaufen könnte und 5 Euro auf den normalen Spielpreis. Also normalerweise kostet das Spiel dann wahrscheinlich um die 50 Euro, kann ich mir vorstellen. Und ihr kriegt es jetzt hier halt für 42. Wenn ihr auf 1 gegen 1 asymmetrisch steht, kann ich mir vorstellen, dass es ganz cool ist. Die Frage immer bei diesen Spielen ist, hat man 5 Partien gespielt? Ist das dann ausgelutscht? Kennt man dann alles, was man machen kann? Oder ist das weiterhin halt spannend? Das frage ich mich immer so ein bisschen. Aber es gibt ja auch, also ich glaube, ein Deck von 35 bis 40 Karten. Das ist ja bei jedem Spiel so. Ja, nee, klar, das ist aber bei 1 gegen 1 ist es immer so, da hast du halt wirklich auch die eine Person, der gegenüber sitzt. Wenn du so ein Spiel zu viert spielst, finde ich, ist das immer nochmal ein bisschen was anderes, wo ihr ja nochmal ein bisschen was anderes macht. Aber wenn du wirklich einen Gegner hast, wo du vielleicht auch dann die andere Seite kennst, wenn die schon gespielt hast, ich weiß nicht. Aber ich finde, es sieht cool aus. Ich finde auch, der Preis ist okay. Und wenn das Spiel was kann, kann man dafür nicht viel falsch machen. Weißt du, ob das von Skellig wieder auf Deutsch kommen wird? Nee, habe ich, ich habe es hier auf jeden Fall nicht gelesen in der Kampagne. Aber bisher haben sie alles von denen auf Deutsch gemacht. Also sie können mir vorstellen, dass es wieder auf Deutsch kommt. Hier steht auf jeden Fall, aber hier steht erst mal nur Englisch. Also hier ist nur eine englische Flagge. Scheinbar kann man es hier nicht auf Deutsch vorbestellen, wenn ich das richtig sehe. Man kann auch nur EU and UK preordern. Das habe ich auch jetzt eben gerade erst gesehen. Ah ja, okay. Okay, interessant. Ja, also interessant. Ja, kann man erst mal nur hier so preordern. Sieht jetzt auch bei Skellig nicht so aus, als ob da, also es gibt keine Ankündigung da jetzt erst mal. Mal gucken. Aber bis jetzt haben sie ja alles von denen umgesetzt. Also wir werden es erleben. Bei mir ist es halt so ein Ding, ich habe jetzt halt schon einige Eins-versus-eins-Spieler-Spiele bei mir rumstehen und die Frage ist, wie viel braucht man dann halt. Ich habe auch dieses Kelp, das hatte ich auch noch gebackt, dieses mit diesem Octopus. Ja, das war auch interessant. Genau, da habe ich jetzt auch wieder eins, deswegen weiß ich nicht so richtig, ob das sinnvoll ist. Aber ich fand es da trotzdem. Ich fand das mit Artworks auf jeden Fall nice aus. Das stimmt. Ich fand die Spielprämisse ganz cool. Ich würde es auch sehr gerne mal spielen. Also das würde mich schon interessieren. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob ich noch ein Eins-gegen-eins brauche. Okay, dann haben wir noch Seismic. Da habe ich mich grob informiert. Kleiner Disclaimer vorneweg, weil das ist schon ziemlich fett. Seismic, ihr seid auf einer collapsing world. Kollabierenden Erde. Ja, kollabierende. Also auf einer in sich zusammenfallenden Erde, weil Terraforming wurde übertrieben. Jetzt explodiert bald der Planet und jetzt heißt es, rette sich wer kann. Aber als ob das nicht schon Sorge genug ist, versucht man alle anderen dabei. Auch noch zu hindern, dass man alleine, also wer zuerst den Planeten verlässt, der hat gewonnen. Es ist tatsächlich in diesem Spiel auch möglich, dass alle verlieren. Und ja, dafür stehen euch, also es ist ein Area-Control-Spiel, dafür stehen euch diverse Macs zur Verfügung, mit denen ihr abarbeiten könnt, Terraform, etc., etc. Gehen wir gleich nochmal nach ganz oben, bevor ich es aus den Augen verliere. Und scroll mal durch. Es gibt da ein Bild, da ist die Karte aufgebaut mit der möglichen Spielerzahl, genau das. Es nimmt heftig viel Platz ein auf dem Tisch. Das muss man einfach mal sagen. Das wurde auch in dem einen Erklärvideo gesagt. Das ist einfach brutal viel, was dieses Spiel an Platz wegnimmt. Es ist vollgepackt mit Minis bis oben hin. Es soll eine extrem coole Tischpräsenz haben optisch. Aber es ist auch wieder hart übertrieben. Guck mal da rechts in die Liste. Also da haben wir den normalen Pledge für 140 Euro. Okay, den anderen siehst du jetzt noch nicht. Den gucken wir uns an. Ja, genau. Scroll mal runter. Der größte Pledge. Das ist halt übel. Da haust du dir das Game an. Bis zum Rand mit Minis voll. Aber okay. Aber Martin, nur 75 Dollar pro Monat. Du kannst doch mit Stretch-Pay zahlen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Da habe ich ja sowieso eine ganz andere Meinung zu. Also ganz ehrlich, wer sich das nicht leisten kann, sich ein Brettspiel zu kaufen, in der Preisklasse, der sollte es halt auch sein lassen. Also man kauft sich nicht auf Pumpenbrettspielen. Wer das macht, hat aus meiner Sicht die Kontrolle über sein Leben verloren. Okay, dann kommen wir einmal ganz kurz dazu. Ihr habt halt hier die unterschiedlichen Meshs eben, die sich da übers Feld bewegen und versuchen abzuarbeiten. Ihr habt eure Raketen, nenne ich sie jetzt mal, die ihr befüllen müsst oder die ihr fertig machen müsst, damit ihr dann eben, da könnt ihr diese einzelnen Teils reinschieben. Ihr seht einmal links und rechts auf dem Bild, wie sie aussieht und wie sie aussieht, wenn sie fertig ist. Die Welt bricht halt Stück für Stück zusammen. Ihr spielt über, ich glaube, sieben Runden und die Welt bricht Stück für Stück zusammen. Und immer, ihr seht ja die roten Teils da auf dem Feld, Einheiten, die da drauf waren und so, die sterben halt auch. Also die gehen kaputt. Ihr müsst so ein bisschen wie bei Bloodrage darauf achten, wo bricht die Welt zusammen. Wenn die Welt zusammenbricht, kommen unter Umständen sehr wertvolle Artefakte hervor, die ihr dann halt eben auch nutzen könnt. Ihr seht, ihr habt extrem viele unterschiedliche Anführer, die wohl alle sehr asymmetrisch sein sollen. Also sehr asymmetrisch. Ich fand, es ging, Entschuldigung, ich komme hier gar nicht raus. Ich habe hier so ein, das ist, das ist so mein Kryptonit hier. Wenn an meinem Finger so ein, unten am Nagelbett so ein bisschen Haut weghängt, dann muss ich pulen, bis es verblutet, bis ich verblute. Also ich komme da gar nicht klar. Ich kann mich gar nicht konzentrieren hier, weil hier noch so ein kleiner Niednagel weghängt. Soviel zu meiner Persönlichkeit. Okay. Ansonsten, es kommen wir ein Stück weiter runter. Müsst ihr halt eben die Ressourcen abarbeiten. Das sind so diese fetten Powermechs, die ihr da seht. Alter, okay. Ja. Also da soll es schon richtig einen rausgebolzt haben. Und in der Erklärung hieß es auch so, nahezu jede Einheit davon fühlt sich einfach extrem overpowered an. Aber da alle Einheiten, lass es kurz da was hast, da alle Einheiten irgendwie sich overpowered anfühlen, balanced sich das ja dann wieder. Das ist das Playerboard, was man da sieht. Auch das wieder eine richtig harte Wall of Text. Und auf den Karten steht jetzt auch mal gar nicht so wenig drauf. Finde ich ein bisschen anstrengend. Ihr habt eure Aktionskarten, zehn Stück an der Zahl und jede Runde spielt ihr halt eine aus, mit der macht ihr eine Aktion und die andere spielt ihr aus für einen besonderen Effekt. Und das halt über fünf Runden, wenn keiner mehr Karten hat. Also wenn alle ihre Karten aufgebraucht haben, dann wird halt wieder gemischt. Dann startet eine neue Runde. Ich glaube, wie gesagt, sieben an der Zahl und dann ist das Spiel vorbei. Das heißt, ihr müsst euch halt wirklich überlegen, welche Karten spiele ich für ihre Hauptaktion aus und welche Karte werfe ich für ihre Zweitaktion weg. Denn die steht mir ja dann später auch nicht mehr zur Verfügung. Da ist gute Planung angesagt. Man, jetzt habe ich hier... Ich habe jetzt gerade meinen Kopfhörer kurz rausgenommen und das habe ich vorhin schon mal gemacht. Und das führt halt irgendwie dazu, dass er mir hier auf irgendeiner Kickstarter-Kampagne, wo ich mir vorhin ein Video angeguckt habe, macht der Play, wenn ich meinen Kopfhörer berühre. Wenn ich ihn aber nochmal berühre, stoppt er das nicht. Also ich habe keine Ahnung, was das soll. Okay. Seismic. Also müsst ihr euch eure Aktionen ganz genau überlegen, was ihr macht. Ihr habt da auch... Es wird wohl extrem viel gekämpft auf dieser Karte, dass ihr euch da gegenseitig die ganzen Aktionen wegnehmt. Ich glaube, es war ein Würfelmechanismus. Ich weiß es gerade nicht so genau. Man kann aber... Die Spieler-Aktion soll extrem hoch sein hier. Ihr könnt Ressourcen tauschen, wenn ihr nicht dran seid. Ihr könnt den anderen Spielern auch so wie so eine Take-That-Karten um die Ohren hauen. Wenn andere Spieler kämpfen, könnt ihr damit reinhauen. Das ist übrigens die Rundenanzahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann geht die Welt hoch. Dann hätten theoretisch alle verloren. Darunter steht halt High Asymmetric. Also ihr habt halt andere Startressourcen. Jeder hat eine einzigartige Fähigkeit. Das klang jetzt nicht wie rude, so High Asymmetric. Und ich finde es dann immer cool, da oben der Grund, warum solltest du es unbedingt holen, diese unendliche Replayability. Das behauptet ja nur jeder von seinem Spiel. Ich meine, wer stellt sich jetzt hin und sagt bei meinem Spiel, ich denke, wenn du es zwei Runden gespielt hast, dann kannst du es wegschmeißen, weil dann war es das. Also wenn du jetzt nicht ein Exit-Game kaufst, was sagt einmal spielen und fertig, sollte sich das jeder auf seine Fahne schreiben, dass man das Spiel vielleicht mehr als einmal spielt. Vor allem, wenn es in diesem Preissegment spielt. Wenn ihr keinen großen Tisch zu Hause habt, könnt ihr euch das Spiel, glaube ich, direkt schon mal klemmen. Wenn ihr es nicht auf dem Fußboden spielen wollt, weil es einfach riesig ist. Ich finde es an sich so cool, dass ich sage, ich würde es total gerne mal mitspielen und würde es mir auf der Messe auch mal sehr, sehr gerne angucken. Da seht ihr auch, jede Karte hat irgendwie so Multiple Use. Jede Karte hat so mehrere Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Wirkt am Ende dann aber auch schon ganz schön vollgepackt. Muss deswegen nicht schlecht sein. Heißt aber, ich denke, bewegt sich dann wirklich eher im sehr fortgeschrittenen Kennerbereich, würde ich jetzt erstmal so sagen, weil es eine Menge Informationen sind, die man verdauen muss zusätzlich zu der Asymmetrie der anderen Fraktionen. Ich finde es interessant, wäre aber jetzt auch nichts, was ich becken würde. Ich glaube, da stößt dann irgendwann aber auch der aufgeklappte Meepleking-Tisch an seine Grenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wird es wahrscheinlich eher der zugeklappte Tisch und dann höchstens mit vier Leuten, weil sonst wird es irgendwann doch wirklich viel. So viel zu Seismic. Ist aktuell noch nicht finanziert, die brauchen ordentlich Kohle dafür. Nee, geht auch 160.000, also das ist vielleicht dann auch mal was Realistisches mit diesen ganzen Minis, sodass sie halt wirklich viel Kohle brauchen. Ja, 412 Leute auch erst dabei, ist jetzt nicht so ultra viel. Ist halt auch ein teures Game, 139 mindestens. Was ich ganz gut finde. Ich finde es grafisch nicht so nice, muss ich sagen. Ist nicht ganz so mein Style, aber gut, Geschmackssache. Ganz unten haben sie so eine kleine Agenda, wie lange sie schon an dem Spiel arbeiten und wann sie es das erste Mal vorgestellt haben. Da gibt es so eine Bilderserie, fand ich irgendwie, von der Idee her ganz nice, muss ich sagen. War relativ weit unten. Gehen wir nach ganz unten und es kommen wir hoch. Ich glaube, dann findest du es wahrscheinlich am schnellsten. Was geht jetzt noch weiter runter? Ja, ja, das ist schon wieder irre. Auf jeden Fall, ich glaube, seit 2016 arbeiten die daran und bis heute finde ich auf jeden Fall cool. Da ist die Bilderserie. Ah ja. Das finde ich auch total nice. So die Idee, guckt mal hier, so wahrscheinlich. Ja. Einfach seit drei Jahren dran gearbeitet, aber gedacht, ja komm, wir tun mal so, als ob wir seit 2017 da schon was machen lassen, dass wir das Spiel in verschiedenen Positionen aufbauen. Das erweckt einen guten Eindruck. Nein, finde ich auf jeden Fall interessant. Also da ist anscheinend schon viel Gehirnschmalz reingeflossen. Verspricht ja deswegen erst mal ein gutes Spiel zu werden, wenn man es schon so lange testet und Leuten vorgestellt hat. Ja. Ich hätte noch eins. Hast du auch noch was? Ne, jetzt. Ich hab nix mehr. Du hast nix mehr. Okay, dann nur kurz zu Oath New Foundations. Ich habe mir dazu gar nichts angeguckt. Es ist die Erweiterung zu dem Spiel Oath. Ich habe auch Oath nicht gespielt. Ich wollte es an dieser Stelle nur erwähnen, wer das hier guckt und Oath cool findet, dass das nicht an euch vorbeirutscht. Ja, aber da ich Oath nicht gespielt habe, ich fand einfach, dass es erwähnenswert ist für Oath-Fans, aber für mich, ich informiere mich jetzt nicht über die Erweiterung, genau, wenn ich Oath nicht mal gespielt habe. Ich weiß, dass Gordon ziemlich cool fand, aber seitdem auch nicht mehr gespielt hat. Guck mal hier, genau, einmal gespielt habe ich das Spiel vor. Ja, das gleiche wie mit dem anderen Spiel, was wir hier eingängig hatten hier. Voll dumm, ne? Ist cool, aber man packt es halt nicht auf den Tisch, weil es irre komplex ist. Damit könnt ihr es jetzt anscheinend noch komplexer machen und es gibt neue Friktionen. Punkt aus. Ende. Gordon holt sich bestimmt die Erweiterung. Ne, auf gar keinen Fall. Okay, kommen wir zum letzten Spiel. Ich habe das sogar in Ultra Deluxe und so, ey. Also ich weiß gar nicht ganz komisch. Ultra Deluxe hat sich ja eh lohnt für das einmal, dass du es gespielt hast. Oder zweimal. Ich glaube, du hast es zweimal gespielt, oder? Kann sein. Ich weiß es nicht. Okay, kommen wir zu Terraria. Tatsächlich echt haben wir vorbeigehuscht und jetzt aufgeploppt. Ich habe mir trotzdem Videos dazu angeguckt. Denn ich habe Terraria recht viel auf dem PC gespielt und fand es cool. Kurze Erklärung, Terraria ist so eine Art Minecraft in 2D. Also es geht einfach um Basebuilding, die Welt erforschen, die Welt besteht einfach aus kleinen Klötzen im Computerspiel, die ihr abarbeitet und hackt euch halt wie bei Minecraft halt zweidimensional durch die Klötze. Bisschen mehr Spielfortschritt als bei Minecraft an sich gibt es, weil es gibt deutlich mehr Endbosse hier. Ich weiß nicht, wie viele sie reingenommen haben im Spiel an sich. Gibt es ziemlich viele. Und wenn du dich nach ganz unten gegraben hast, dann gibt es interessanterweise so einen Worldboss. Wenn du den besiegst, dann verändert sich die ganze Welt ein Stück weit und du schaltest viele neue Sachen frei, unter anderem neue Bosse, etc. Und das haben sie halt hier versucht als Spiel abzubilden. Ja, die haben bis jetzt erst ein Spiel gemacht. Ich wollte gerade mal gucken, weil es so krass auch... Ja, ja. Das zeigt halt mal wieder, wie so eine IP halt reinhaut. Also hier haben sie halt ihr Octopus-Spiel. 100.000 hat das gemacht und ich glaube eine 7,4 auf BGG. Also okay, aber nicht überragend. Und jetzt haben sie halt Terraria und sind halt, ich glaube, heute oder gestern ist Starttag gewesen und sind halt schon bei 900.000. Da siehst du, wie so ein IP zieht. Aber ich nehme einfach mal an, dass Terraria da auch Werbung für gemacht haben wird. Also die Firma hinter dem PC-Spiel. Denn irgendwie muss ja so viel zustande kommen. Und das PC-Spiel ist eins der meistverkauften und meistgespielten Spiele aller Zeiten. Echt? Ja, krass. Habe ich noch nie gehört. Ich bin ja nicht so PC-Spieler, aber trotzdem krass. Das gibt es auch für Mac. Also das Spiel gibt es, glaube ich, schon seit zehn Jahren und wird immer noch weiterentwickelt. Also halt wie Minecraft. Also es ist echt, du kannst sagen, es ist das Pendant zu Minecraft in 2D. Und die haben das jetzt halt hier versucht abzubilden. Ich finde es schon mal sehr, sehr interessant. Die haben es halt hingekriegt, dass die Welt jedes Mal neu zusammengebaut wird. Und du hast dann halt diese Erde, durch die du dich nach unten graben kannst. Und da legst du dann Teils drauf, um zu zeigen, wo habe ich mich langgebuddelt, um dir die einzelnen Ressourcen zu holen. Es spawnen Gegner. Auch bei Nacht, die dann angelaufen kommen und dich versuchen anzugreifen. Du kannst unten Schätze finden. Du findest ganz unten die Lava-Welt, wo du dann halt kämpfen kannst. Es kommen verschiedene Bosse. Die sehen auch sehr niedlich aus, die sie da eingebaut haben. Du hast deinen Charakter gebaut. Das ist eine relativ lustige Lösung. Du legst die Rüstung auf deinen Charakter sozusagen drauf. Also die ist auf so einer durchsichtigen Folie. Und die packst du auf deinem Charakter auf. Dadurch rüstest du ihn halt anders aus. Und er kriegt mehr Lebenspunkte. Das sind die Gegner. King Blob und diese Wall of Death oder was auch da sein soll, die da angerattert kommt. Und da schaltest du auch immer neue Sachen. Ich finde die Idee irgendwie ganz cool. Das ist ganz witzig. Ja. Haben sie es aus meiner Sicht jetzt? Achso, und da unten ist der Aktionsmechanismus. Du hast, es ist so ein kleiner Deckbuilding-Mechanismus mit drin und du ziehst dann halt immer eine Karte. Da können verschiedenste Sachen mit drauf sein. Unter anderem diese Grünpunkte, die sind so der Haupttreiber in dem Spiel. Und mit denen machst du halt Aktionen wie Bewegen, Abarbeiten etc. Und wenn du zum Beispiel deine Pickaxe aufwertest, dann hast du einfach für einen Aktionspunkt mehr Benefit. Also du hast dann nicht nur, du kannst jetzt Erde im Wert von 1 abarbeiten, sondern du könntest dann eben auch, wenn du die verbesserte Pickaxe hast, dann ist ein grüner Punkt halt 3 abarbeiten wert. Also du kannst einfach mehr machen für die gleiche Anzahl an Aktionspunkten. Das ist so das, was das Aufwerten und Verbessern der Gegenstände angeht. Haben sie es aus meiner Sicht geschafft, das Computerspiel jetzt in erster Instanz, ich habe mir das nur hier eine halbe Stunde angeguckt, abzubilden? Ich finde, sie kommen schon sehr dicht ranlassen, aber auch einige Aspekte weg. Du hast halt, wie bei Minecraft auch, ist es bei Terraria ja einfach so, dass ja auch viel dieses Worldbuilding ausmacht. Also du kannst halt deine eigene Basis, kannst du ausbauen, wie du willst. Du kannst sie oben in den Himmel bauen, du kannst sie einfach auf die Erde bauen. Du hast halt dieses Housing, was da extrem viel ausmacht. Du kannst sie auch in die Erde bauen. Ich weiß, jedes Mal, wenn wir Minecraft spielen, sucht man sich einen neuen, völlig abstrakten, bekloppten Spot, wo man seine Basis hinbauen kann und sich denkt, ja, guck mal, da ist dieser riesige Berg, der aussieht wie eine Säule, da bauen wir jetzt mal unsere Basis rein. Ob das jetzt am Ende praktisch ist, gut funktioniert, spielt in dem Sinne gar keine Rolle, aber man will seine Kreativität ausleben. Das ist halt hier, so wie ich das mitgekriegt habe, jetzt in dem Sinne nicht so ganz. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der aus meiner Sicht wegfällt. Du baust einfach nur Häuser, die dir Effekte bringen, oben an die Oberwelt einfach so ran, aber ja, ist halt auch schwer abzubilden, wenn du jetzt da 100 Erdblöcke abgebaut hast, dass du die dann eben so wieder aufbaust, wie du es halt gerne möchtest, dass ein Hausball rauskommt. Da sehen wir schon mal den Preis, der ist ziemlich, finde ich, gut für das, was drinnen ist. Hier geht es halt eher darum, ihr entwickelt euch weiter. Es gibt so fünf verschiedene Ziele, die liegen immer offen. Sammel fünf Eisenerze und dann schaltest du was frei, sammel das, dann schaltest du was frei. Also das ist schon dem Spiel sehr gut nachempfunden. Ihr versucht euch hier halt hauptsächlich wirklich nach unten zu buddeln und dann halt eben die verschiedensten Ressourcen abzuarbeiten und euch dann weiterzuentwickeln. Ihr spielt 70 Tage, so wie ich das mitbekommen habe. Also es gibt hier ein festes Ende und müsst dann 70 Tage. Ja, das klingt auch, wenn ich mir überlege, dass jeder immer pro Runde irgendwie drei oder vier Aktionen machen darf, bevor der nächste Tag kommt. Das klingt so, als ob das einen Speichermechanismus hat, das Spiel, weil das spielt, denke ich, nicht an einem, in einem Rutsch durch. Das Kampfsystem, das stört mich auch so ein bisschen, dass das gewürfelt wird. Aber, weil so bei Terraria ist halt auch so ein Spiel, das Kampfsystem ist jetzt nicht überragend. Aber ihr geht an den Gegner ran, ihr haut zu, ihr trefft ihn, wenn ihr davor steht. Das Ding ist halt, es ist ein Hit and Run. Also in dem Sinne, ihr versucht halt immer ranzugehen, zu hitten und dann wegzurennen, damit ihr keinen Schaden kriegt. Und die unterschiedlichen Gegnertypen reagieren ein kleines bisschen unterschiedlich darauf. Das ist natürlich auf einem Brettspiel immer schwer abzubilden, dieses Hit and Run, so du haust und du rennst weg, dass du keinen Schaden kriegst. Da wurde sich jetzt hier wie üblich für die Würfelvariante entschieden, ob du triffst, ob du dann Schaden kriegst, würfelt der Gegner auch gegen dich. Weiß ich nicht. Finde ich so austauschbar, so wie immer. Ich weiß aber auch nicht, wie man Hit and Run besser abbilden soll. Das ist schon sehr, sehr schwierig, das gut darzustellen. Ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken, weil sie, denke ich, schon viele Aspekte des Spiels damit reingepackt haben. Eben auch, wie gesagt, die Welt ist immer anders zusammengebaut und ihr findet ja auch in den unteren Bereichen dann Schatzräume, wo ihr coole Truhen looten könnt. Die Bosse machen halt schon ein bisschen was her. Das verbessern, wenn ihr besser werdet und halt eben die Waffen ausbaut. Also diese Loot-Spirale, die haben sie anscheinend hier auch sehr gut abgebildet. Also es scheint schon sehr, sehr viel drin zu sein. Wenn ihr sagt, ich bin eh nicht so der Housing-Typ, ich will mehr entdecken. Okay, der macht das. Ihr könnt, glaube ich, bis zu vier Leuten spielen. Die Frage ist, wie viel macht ihr dann zusammen? Geht ihr da auch wirklich zusammen runter? Macht ihr da so seinen Krempel? Fairerweise muss man sagen, wenn wir Terraria oder Minecraft spielen, war es bei uns meistens auch so. Zwei Leute machen ein bisschen mehr Housing, zwei Leute gehen irgendwie so ganz anders hin und graben oder so und besorgen immer die Materialien. Aber ich finde es ja auch cool, wenn man Materialien besorgt hat und kommt zurück und dann haben da zwei andere ein Haus hingebaut und man guckt sich das an und sagt, boah, habt ihr richtig cool gemacht, hier sind noch Materialien, dass ihr weitermachen könnt. Das hat dann schon so ein bisschen was zusammenspielen. Man quatscht auch nebenbei, kann man auch hier machen. Also ich denke, da lohnt sich ein Blick für Terraria-Fans und auch für die, die es nicht sind, einfach mal reinzuschauen und ja, 900.000 ist schon eine Ansage. Ich hoffe, das geht nicht zu krass durch die Decke. Nachher haben die da 10.000, 15.000 Exemplare, die sie machen müssen. Das kann schon durchaus überfordern beim zweiten Projekt. Das stimmt. Ja, soweit zu Terraria. Damit sind wir durch, oder? Damit sind wir auf jeden Fall durch, ja. Reicht ja auch. Wo sind wir denn? Ja, reicht. Auf jeden Fall. Die Stunde bestimmt schon fast. Ja, 50 Minuten Kickstarter reicht. Alles klar. Ja, damit haben wir die aktuelle Kickstarter- und Gameform-Welt umrissen. Denke ich, war was für euch dabei. Was haltet ihr von Terraria und habt ihr das PC-Spiel mal gespielt? Ich fand es eigentlich immer ziemlich cool umgesetzt, muss ich sagen, auch wenn die Grafik jetzt recht primitiv war, aber ist eher bei Minecraft auch. Die sieht ja auch voll blöd aus. Ja, und damit sagen wir auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Wir werden, für alle, die hier den Kanal abonnieren und folgen, die werden sicherlich erfahren, wann es von Frosted Games nochmal Deluxe-Packs gibt. Wenn das kein Abo-Grund ist. Und damit verabschieden wir uns. Warte, ich möchte noch einmal ganz kurz, Martin, ich möchte unsere Folge nochmal bewerben. Erstmal vielen Dank für alle, die unsere erste Brettspiel-Folge All-In geguckt haben, die erste Brettspiel-Sendung. Ich wollte es ja nochmal ganz kurz sagen, vielen Dank für das umfangreiche Feedback. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Shame on You, guckt da mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Alles klar. Das stimmt, hat er gesagt. Okay, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Und ich würde sagen, wir sind die Jungs von Meeble. Okay. Und sagen Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Winke, winke. Okay.